Ein Sichtschutz kann viele Funktionen erfüllen. Er kann zum Beispiel neugierige Blicke der Nachbarn abwehren, die Grundstücksgrenze definieren oder an einer Terrasse als gemütliche Einfassung und Windschutz dienen. In diesem Fall wird ein Sichtschutz aus Holz errichtet, angrenzend an eine Terrasse. Die Arbeitsschritte können aber auch auf Projekte ohne Terrasse angewendet werden. Die einzelnen Schritte. H-Anker und Zaunelemente montieren, ein Fundament vorbereiten, den Zaun aufstellen und schließlich den H-Anker einbetonieren. Folgende Materialien und Werkzeuge werden dafür benötigt. H-Anker, Holzpfosten, Schrauben, Zaunhalter, Akkuschrauber mit Bohrer, Knarre, Hammer, Schraubzwinge, Zollstock und Bleistift. Beim Montieren der H-Anker muss zwischen der ersten Strebe des H-Ankers und dem Balken ein Abstand von etwa dreieinhalb Zentimetern bleiben. So kann das Holz bei Regen von unten gut abtrocknen. Der H-Anker muss genau mittig aufliegen und parallel zum Pfosten ausgerichtet werden. Wenn der H-Anker richtig auf dem Pfosten liegt, wird er mit einer Schraubzwinge fixiert. Mit einem Akkuschrauber und einem 10 Millimeter Bohrer können nun Löcher für die Schrauben gebohrt werden. Dabei muss genau senkrecht gebohrt werden, um das Loch auf der anderen Seite des H-Ankers zu treffen. Im Anschluss kommen zwölf Zentimeter lange Gewindeschrauben zum Einsatz. Diese durch H-Anker und Pfosten stecken und die Mutter auf der anderen Seite festschrauben, entweder mit einer Knarre oder mit einem Schraubenschlüssel. Die fertig montierten Zaunelemente werden später über Zaunhalter mit den Pfosten verbunden. Um die genauen Abstände zu ermitteln, sollte das Zaunelement neben den Pfosten gelegt werden. Pro Pfosten werden drei Zaunhalter montiert, die gleichmäßig verteilt werden müssen. Von unten und von oben werden je 30 Zentimeter gemessen und mit dem Bleistift angezeichnet. Der dritte Zaunhalter kommt genau in die Mitte. So liegen die Zaunhalter bei diesem 1,80 Meter hohen Element jeweils 60 Zentimeter voneinander entfernt. Um sicherzustellen, dass alle Zaunhalter senkrecht untereinander liegen, wird von der Vorderkante des Pfostens an allen drei Stellen dasselbe Maß markiert. Hier zwei Zentimeter. Die Zaunhalter werden mit der offenen Seite nach vorne montiert. Das heißt, dort wo jetzt die Schraube in den Pfosten geschraubt wird, liegt später das Zaunelement an. Zur Verdeutlichung, so wird später das Zaunelement am Pfosten befestigt. Doch so weit sind wir noch nicht. Durch die länglichen Löcher können die Zaunhalter genau justiert werden. Da der Zaun später bündig mit dem Pfosten sein soll, muss die hintere Kante des Zaunhalters, in diesem Fall 5 Zentimeter, von der Vorderkante des Pfostens entfernt sein. So dick ist nämlich das Zaunelement. Da dies ein Anfangspfosten ist, sind Zaunhalter nur auf einer Seite nötig. Bei einem Mittelfosten werden Zaunhalter auf beiden Seiten gebraucht. Diese können auf derselben Höhe angeschraubt werden. Wird eine Ecke ausgebildet, müssen die Zaunhalter versetzt angebracht werden, da sich ansonsten die Schrauben der beiden Zaunhalter im Holz treffen würden. Das Setzen der Pfosten in einem Punktfundament ist der knifflige Teil des Projekts. Hier empfiehlt es sich, zu zweit zu arbeiten. Das Loch für das Fundament sollte in etwa 30 x 30 Zentimeter breit und mindestens 80 Zentimeter tief sein. Nur dann ist das Fundament frostsicher. Um das Absacken des Fundaments zu verhindern, den Untergrund kräftig mit einem Handstampfer verdichten. Mithilfe von Unterleghölzern und Holzkeilen kann der Pfosten auf die richtige Höhe gebracht werden. Dazu wird eine Holzlatte durch den H-Anker geschoben und die erste Querstrebe des Ankers auf dieser Latte abgelegt. Die richtige Höhe ist erreicht, wenn die Querstrebe auf derselben Höhe liegt wie die Schnur, beziehungsweise in diesem Fall die Terrasse. Jetzt werden die Zaunelemente mit den vorhin vorbereiteten Zaunhaltern verbunden. Dazu wird von hinten vorgebohrt, allerdings nicht zu tief. Der Bohrer soll ja nicht auf der Vorderseite wieder rauskommen. Mithilfe von zwei Holzlatten und einer Schraubzwinge wird der Pfosten samt Zaunelement ins Lot gebracht. Hier hilft die Wasserwaage. Wenn alles gerade ausgerichtet ist, kann das Loch mit Beton verfüllt werden. Wie Beton für diesen Einsatzzweck gemischt wird, erklären wir in einem separaten Video. Nach jeder Schaufel Beton sollte das Material mithilfe eines Stampfholzes verdichtet werden. Das gibt der Konstruktion noch mehr Halt. Zum Schluss den Beton an der Oberseite mit einer Kelle glatt abziehen und nun 48 Stunden abbinden lassen. Erst dann die Unterkonstruktionshölzer und die Schraubzwinge lösen. Schauen Sie sich nun weitere Videos im Obi-Kanal an oder konfigurieren Sie Ihren Sichtschutz online. Für eine umfassende Planung und Beratung steht Ihnen Ihr Obi-Gartenplaner im Markt zur Verfügung.